Dann kann man auch sagen, gut, wenn ich mal nur die Anzahl der Transporte angucke, finde ich vielleicht keinen positiven ROI, aber wenn ich dann sage, hey, wir brauchen aber noch einen Staplerfahrer und wir finden dann keine Möglichkeit, diese Stelle zu besetzen, dann ist der andere Hebel einfach, okay, vielleicht können wir die vier Fahrer, die wir haben, effizienter nutzen, wenn wir ein Transportmanagement-System haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Alle Zuhörer, die schon länger dabei sind, die wissen, dass wir uns hier im Podcast unter anderem auch schon mal über das Thema fahrerlose Transportsysteme unterhalten haben, aber auch über das Thema Staplerleitsystem und alles, was so rund sich um das Thema Transporte dreht. Das wollen wir uns heute tatsächlich mal ein bisschen konkreter anschauen, ganz genau gesagt, die innerbetrieblichen Transporte oder das innerbetriebliche Transportmanagement, das schauen wir uns heute an und auch, welche Auswirkungen die Digitalisierung vielleicht auf dieses ganze Thema haben kann. Dafür habe ich mir wie immer einen spannenden Gast eingeladen, bei mir ist heute Christoph Rixe, er ist Projektleiter bei der L-Mobile und unter anderem auch so ein bisschen unser interner Experte rund um die Themen Logistik und Transportmanagement, würde ich mal sagen. Christoph, schön, dass du heute da bist. Freut mich dabei zu sein, hallo. Wie immer an der Stelle für euch nochmal kurz der Hinweis, auch die Folge gibt es auch als Video bei YouTube zu sehen, also schaut auch gerne mal vorbei, um unsere freundlichen, lächelnden Gesichter zu sehen. Christoph, ich habe kurz angeteasert, wer du bist, vielleicht magst du trotzdem, auch wenn du schon mal bei uns im Podcast warst, nochmal was über dich erzählen, wer bist du, was machst du hier bei L-Mobile und was qualifiziert dich heute, über das Thema zu sprechen? Gerne, ich gebe mir Mühe. Ich bin Christoph Rixe, ich bin seit zweieinhalb Jahren bei der L-Mobile als Projektleiter für Warehouse-Projekte bei uns eingestiegen. Ich komme vorher aus der Automobilindustrie, habe auch technische Logistik davor studiert, bin dann irgendwie über meine Tätigkeiten aus der Arbeitsvorbereitung und Logistikplanung bei dem Unternehmen, wo ich vorher war, auf die Schiene L-Mobile gekommen. Bin so auf das Unternehmen aufmerksam geworden, habe dann den Absprung hergeschafft und bin jetzt hauptberuflich nicht mehr irgendwo in der Arbeitsvorbereitung für die Umsetzung von innerbetrieblichen Transport zuständig, sondern als Projektleiter betreue ich jetzt mehrere Kunden, wie man das parallel machen kann, bei deren Umsetzung. Kannst du quasi von verschiedenen Ecken Inspiration holen, wie man sowas gut machen kann. Ganz genau und das war auch die Voraussetzung, das war die Idee dahinter, dass man das jetzt beruflich macht. Das hat mir ziemlich viel Spaß gemacht, in meiner alten Firma die innerbetriebliche Logistik zu optimieren, da zu gucken, wie kann man das Ganze machen. Dann habe ich gesagt, das würde ich gerne Vollzeit machen. Aber da man so ein Projekt selbst als Unternehmen nur einmal macht, im Idealfall, oder zumindest nicht. Wenn man es richtig macht. Ja, genau. Dann war halt die Idee, gut, wenn man in die Schiene wechselt und da als Berater und Projektleiter zuständig ist, dann kann man das hauptberuflich machen. Sehr gut, dann bist du ja bei uns genau richtig. Wir machen immer am Anfang der Folge noch so eine kleine, eher persönliche Frage, damit man die Leute ein bisschen besser kennenlernen kann. Für dich habe ich mir heute überlegt, welche ist deine liebste Jahreszeit und warum? Meine liebste Jahreszeit, wahrscheinlich dann Sommer und Winter. Ich bin auf keinen Fall Fan vom Herbst oder vom Frühling, ist auch ungenehm, aber ich könnte mich zwischen Sommer und Winter nur schwer entscheiden, ist beides ziemlich cool. Und warum? Im Sommer, weil man viel draußen Sport machen kann. Klettern, Fahrrad fahren, das geht im Sommer ziemlich gut. Ich bin aber auch tatsächlich ein Fan, im Winter viel draußen zu sein, wenn die Luft richtig angenehm kalt ist, wenn man morgens zur Arbeit geht und dann so eine angenehme Frische in der Luft liegt. Super, dann vielen Dank für den Einblick, Christoph. Lass uns mal rein starten ins Thema. Und zwar, warum ist so ein gutes innerbetriebliches Transportmanagement überhaupt, sage ich mal, einer der wichtigsten Faktoren in so einem Unternehmen? Oder ist das überhaupt so? Ich hole da ein bisschen aus, wenn ich das jetzt beantworte. Ich würde sagen, historisch gesehen war es nicht ein wichtiges Thema. Es wird aber immer wichtiger. Wir haben festgestellt, dass die Komplexität oder die Kompliziertheit von Prozessen in den Unternehmen, in der Produktion immer komplexer geworden sind. Wir haben über die letzten 30 Jahre viele Themen wie Just-in-Time, Just-in-Sequence implementiert. Nicht nur in der Automobilindustrie, sondern auch bei KMU. Bestände sollen immer geringer werden. Und die Logistik ist halt das Bindeglied zwischen all diesen Punkten. Die innerbetriebliche Logistik ganz besonders. Da sind dann die Taktzeiten ziemlich kurz. Da muss vom Wareneingang die Ware dann idealerweise direkt in die Produktion gebracht werden können. Oder direkt vielleicht sogar in den Warenausgang, wenn es Zukaufteile sind, die direkt weiterverkauft werden sollen. Und das ganze Thema wurde immer zeitkritisch, immer sensibler. Wohingegen man früher dann hat noch gesagt, ich habe große Lagerbestände. Tickt das jetzt ganz anders? Und dadurch hat die Logistik viel an Bedeutung gewonnen bei den Unternehmen. Auch bei den kleineren und mittleren Unternehmen. Und deswegen nimmt es schon immer einen höheren Stellenwert ein. Das heißt eine erhöhte Komplexität, auch eine erhöhte Taktzahl, wie du gesagt hast. Also man möchte vielleicht auch nicht mehr so hohe Lagerbestände haben, sondern lieber einen guten Warenfluss nachher gewährleisten. Vor welchen Herausforderungen steht dann so ein Unternehmen jetzt bei der gesamten Organisation und Koordination dieser Transporte? Also ich stelle mir das relativ aufwendig vor. Ja, das ist auch definitiv so. Auch da hat die Komplexität dann zugenommen. Wo man früher dann gesagt hat, gut, dann machen wir halt mal einen Eingang. Ganz einfach einen Prozess, hat große Lagerbestände. Wenn man was braucht, holen sich das die Leute aus der Logistik oder die Produktioner gehen direkt ins Lager rein und holen sich das. Geht das heute gar nicht mehr? Weil sie sagen, nee, ihr müsst ja Taktzeit einhalten. Oder ihr müsst produzieren. Dafür seid ihr ja angestellt. Dann holt man sich jetzt vielleicht noch einen Logistiker, der die Ware auch aus dem Lager in die Produktion reinfährt. Den muss man auch steuern. Der muss am besten einen geringen Leerfahrtanteil haben. Das heißt, der fährt dann mit Ware rein und bringt Leergüter vielleicht gleich wieder zurück. Das Ganze zu steuern, das wird schon immer schwieriger. Was für eine Art von Transporten gibt es denn überhaupt? Also sagt man einfach, Transport ist Transport, da gibt es keine Unterschiede? Oder würdest du sagen, es gibt schon auch irgendwie ein bisschen Varianz, was das Thema Transporte angeht? Ja, da gibt es verschiedene Ansichten. Ich würde sagen, Transport ist Transport. Heißt, irgendwas geht von A nach B. Genau, es gibt immer diese klassische Quelle-Senke-Beziehung, wie wir da in der Logistik immer so sagen. Aber natürlich kann man das nochmal unterteilen. Es gibt verschiedene Arten, wie man Transporte durchführen kann. Ob der jetzt dann in einem Fluss angeordnet ist oder ob man einen Milk-Run macht. Also ich bediene gleich mehrere Stationen. Also ich bin in der Logistik, ich lade meinen Wagen voll und fahre jetzt die Arbeitsstation A, B, C, D alle gemeinsam an. Gibt denen jeweils dann die Ware. Oder ob ich in so einem, das nennt man Taxi-Betrieb unterwegs bin. Das heißt, ich fahre aus dem Lager zur Station A, zurück ins Lager, zur Station B. Also da gibt es ganz verschiedene Arten. Und dann natürlich auch, welche Quellen, welche Senken im Spiel sind, macht auch eine wichtige Unterscheidung für den ehrbetrieblichen Transport. Ob ich vom Wareneingang ins Lager gehe, das ist dann vielleicht nicht so zeitkritisch. Da kann man dann vielleicht auch noch viel optimieren. Wohingegen dann aus dem Lager in die Produktion dann schon wieder einen ganz anderen Stellenwert hat. Und dann kann man noch nach Fördermitteln unterscheiden, nach Ladungsträgern. Also man kann das Ganze beliebig kompliziert machen. Granular machen, je nachdem, was man genau wissen möchte. Okay, aber das ist schon mal wichtig zu wissen. Also Quelle, Senke habe ich jetzt gelernt. Das ist quasi schon mal eine wichtige Unterscheidung beim Thema Transporte. Was ich mir jetzt noch angeschaut habe, ist ja, die meisten Unternehmen haben ein ERP-System im Einsatz, um ihre, ich sage mal, Ressourcen zu planen oder auch ihre Bestände zu tracken und solche Sachen. Ist dann auch ein ERP-System das richtige System, um jetzt auch meine Transporte abzubilden? Wie kann das ein ERP-System überhaupt leisten? Schwierige Frage. Es gibt ERP-Systeme, die können das. Die machen das auch ganz gut. Auch einige von den Großen bieten zumindest rudimentär Sachen an. Gerade so Quelle, Senke, Ware muss von A nach B zu managen oder zumindest, ich sage mal, anzuleiten, anzugeben. Und das dient dann so einem Transportmanagement-System als Basis, um Transporte zu planen und zu koordinieren. Das machen, glaube ich, die allermeisten ERPs. So diesen eigentlichen Transport selber zu managen, machen dann nicht alle ERPs, auch ERP, Enterprise, Resource Planning. Die Ressourcen, die dafür notwendig sind, zu planen, das machen dann schon wieder noch weniger ERPs. Eigentlich kenne ich nur eins, dass das rudimentär anbietet. Also Staplerfahrer, Stapler, wie viel Kapazität hat ein einzelner Stapler? Kann der eine Euro-Palette, zwei Euro-Paletten, vier Euro-Paletten? Da gibt es ja auch wieder von verschiedenen Herstellern verschiedene Optionen. Wenn man es jetzt noch kombiniert mit einem anderen System, wie einem fahrerlosen Transportsystem, muss man es ja auch berücksichtigen. Ganz, ganz genau. Oder auch, welche Qualifikation braucht der Fahrer? Ist das ein Schmalgang-Stapler für ein Hochregal? Kann der überhaupt? Quelle ist im ERP Lagerplatz 13, 12, 11, 4. Dann muss das ERP auch wissen, hey, das ist aber in sieben Meter Höhe. Das schafft ein normaler Gabelstapler gar nicht. Und das sind dann schon Punkte, das können weniger ERPs. Das macht auch dann Sinn, sowas vielleicht auszulagern. Generell gehen ja auch bei den ERPs, geht man gerade weg von so einer monolithischen Software-Architektur, immer mehr zu dezentralen Systemen. Deswegen würde ich sagen, so ein Transportmanagement-System muss nicht zwingend Teil des ERPs sein. Also, dass die Ressourcen im ERP geplant werden, dass die Aufgaben im ERP geplant werden. Aber zumindest muss es da irgendwie einen Link geben. Weil am Ende ist das ERP dann doch dafür verantwortlich, zum Beispiel Bestände zu tracken. Und wenn ich von A nach B umlage über meine Quelle senke Beziehung, dann habe ich ja auch meinen Bestand irgendwo verändert. Und das muss das ERP dann auf jeden Fall wissen. Okay, das heißt, mein ERP-System ist quasi meine Basis im Idealfall. Und das Transportmanagement-System könnte darauf aufsetzen oder sollte eigentlich im Idealfall darauf aufsetzen, um die Daten sich hin und her zu schicken, sozusagen. Genau, so kann man es formulieren. Okay. Und das FTS, also ein fahrerloses Transportsystem oder ein Stapler-Leitsystem zum Beispiel, überhaupt Stapler, verschiedene Transportmittel oder sowas, die sind quasi nachher Teil des Transportmanagement-Systems? Oder würdest du das nochmal anders, also wie unterscheiden sich da, also wo muss ich die einordnen quasi? Auch das ist eine sehr gute Frage. Wie versuche ich das zu machen? Wir haben jetzt gerade gesagt, das ERP ist vielleicht die Basis und da oben drauf sitzt dann mein Transportmanagement-System. Und was verstehe ich unter dem Transportmanagement-System? Das ist dann das Tool, die Software, die zur Disposition von verschiedenen Fahraufträgen dient. Und das dann sagt, der Auftrag soll von jenem Stapler gemacht werden, der Transportauftrag soll von diesem Stapler gemacht werden, der Auftrag von einem AGV zum Beispiel. Und diese Disposition erfolgt im Transportmanagement-System. Die einzelnen Tools dahinter, ob das dann ein Stapler-Leitsystem ist oder ein fahrloses Transportsystem oder eine Leitsteuerung von einem fahrlosen Transportsystem, ich nenne es jetzt mal erstmal nur die Leitsteuerung, das sind dann wieder unabhängige Systeme und man kann sich auch überlegen, ob man zum Beispiel ein SLS als Standalone-Lösung ohne einen TMS anbietet oder implementiert. Sobald man aber verschiedene Systeme hat, macht es auf jeden Fall Sinn, so ein Management-System für seine Transporte doch zu haben. Okay, das kam mir jetzt auch gerade so vor, weil je mehr man quasi im Einsatz hat, desto besser man sammelt es quasi in einem System. Genau, ja. Also gerade, wenn ich FTS vielleicht von verschiedenen Herstellern habe oder noch Staplerfahre mit in meiner Logistik drin habe und sage, ich kann keine klaren Regeln definieren, schon im ERP-System zum Beispiel, und dass ich sage, diese Aufträge werden immer von Staplern gemacht oder diese Aufträge werden immer von jenem AGV gemacht, sondern ich möchte da noch eine aktive Disposition mit drin haben, irgendjemand, der das im Überblick hat, dann macht es auf jeden Fall Sinn, so ein Transportmanagement zu sehen. Zu verwenden. Und jetzt der Vorteil auch wieder, wenn man so ein dezentrales Tool hat raus aus dem ERP-System, dass das vielleicht erstmal sammelt, dann ist das vielleicht für Unternehmen auch interessant, sowas zu implementieren, weil es einfacher ist, zu konfigurieren. Ich mache es jetzt zum Beispiel, wenn SAP hat, was weiß ich, erzeugt dann die Transportaufträge und jetzt kommen wir und sagen, okay, und wir wollen, dass folgende Transportaufträge in folgenden Szenarien an Staplerfahrer gehen mit jedem Stapler und in folgenden Szenarien an jene Stapler, an jene Stapler etc. mit verschiedenen Regeln und ich versuche das alles in SAP abzubilden, dann brauche ich einen SAP-Berater dafür, irgendjemand, der die SAP-Programmierung für das SAP-System macht. Und wie man weiß, die sind teuer, das ist zeitaufwendig, das muss auch alles definiert werden. Und wenn man jetzt aber sagt, wir haben ein Transportmanagement-System, was da als Add-on liegt und das bietet eine leichte Konfigurierbarkeit von diesen Regeln, da kann man Regeln festlegen als End-User, sage ich mal, oder als der Administrator für das Transportmanagement-System, dann gibt mir das eine Flexibilität, die ich nicht habe, wenn ich es direkt im ERP-System abbilde. Das wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen, was wünsche ich mir quasi von so einem Transportmanagement-System? Also ich habe jetzt schon verstanden, es sollte ans ERP-System angebunden sein, ich wünsche mir eigentlich eine Flexibilität in der Verarbeitung oder Verwendung meiner Ressourcen quasi, also je nachdem, was ich an Transportfahrzeugen auch nachher anbieten kann. Was braucht so ein System noch? Ja, ich habe genau gerade schon gesagt, dass diese aktive Disposition, Anbindung ans ERP-System und ja, gerade das Hinterlegen von den verschiedenen Parametern, von den Ressourcen, das sind jetzt Themen, da kann man auf Informationen aus dem ERP zurückgreifen, wenn es das schon trackt, aber das muss man oft halt noch mit viel mehr Parametern anreichern. Wenn man dann im ERP-System sagt, gut, ich habe acht Stapler und die können alle acht Stunden am Tag, weil ich nur einen Einstichbetrieb habe oder 24 Stunden minus meine Wartungszeiten oder so fahren, dann ist das das eine, aber wenn ich dann hinterlegen möchte, dass ich für den Gefahrgutbereich nur bestimmte Stapler verwenden darf oder für den Outdoor-Bereich nur jene Stapler, dann macht das schon Sinn wieder, das einfach flexibler außerhalb vom ERP-System in einem Transportmanagement-System zu managen. Okay. Jetzt haben wir ganz viel über das TMS gesprochen. Mich würde mal noch interessieren, für welche Firmen ist das überhaupt interessant? Also für, ich sag mal, sagst du, das liegt irgendwie an der Anzahl der Transporte, also man sollte mindestens x Transporte am Tag haben, damit sich das überhaupt lohnt, darüber nachzudenken oder sollte das eher ein Teil einer langfristigen Strategie sein oder wo muss ich das einordnen? Also wann lohnt sich das und für wen lohnt sich das? Ja. Unterm Strich lohnt es sich immer nur, wenn man einen positiven Return on Investment hat für den KMU. Das ist, okay, jetzt widersprechen wir schon wieder gleich selber. Das ist zumindest mal der finanzielle Aspekt dahinter. Bleiben wir kurz bei dem finanziellen Aspekt. Wenn ich sage, ich habe eine entsprechende Anzahl an Transporten, das ist jetzt kein fester Wert, ab 1.000 Transporten lohnt es sich. Sondern es ist natürlich auch die Frage, gut, wenn ich statt 1.000 Transporte nur 500 habe, aber davon mache ich für jeden 500., für jeden Transport mache ich eine Leerfahrt, die vielleicht unnötig ist und dass, wenn ich das wissen würde, dass eine Arbeitsstation weiter einen Container wartet, der zurückgeholt werden muss, dann macht es auch schon bei weniger Transporten Sinn. Das hängt dann wirklich individuell davon ab, wie viele Transporte habe ich, wie viele Staplerfahre habe ich, wie groß ist das Potenzial, das Ganze zu optimieren. Vielleicht pauschal, wenn ich sage, ich habe viele ungeplante Transporte oder viel auf Zuruf agiert, dann bietet ein Staplerleitsystem oder ein Transportmanagementsystem eben doch schon eine Möglichkeit, das zu disponieren und bietet da dann Einsparpotenziale. Das war jetzt der Teil mit den finanziellen Aspekten. Was ich dann noch hinzufügen möchte, neben den finanziellen Aspekten kommen dann vielleicht auch andere Aspekte zu tragen, gerade zum Beispiel der Fachkräftemängel. Das ist ja auch ein Thema, was uns in Deutschland immer stärker beschäftigt, wo ich auch mit Kunden geredet habe, die sagen, wir finden einfach keinen fünften Staplerfahrer. Die Stelle ist seit langem offen, da kommt mal wieder jemand, und der geht dann auch wieder, wir verlieren jemanden, geht in Elternzeit, Urlaub, Krankheit, das passiert. Und dann finden wir einfach keine Möglichkeit, diese Stelle permanent langfristig zu besetzen. Und bei uns sind wir deswegen nicht in der Lage, die Produktion kontinuierlich in der Taktzeit, die die Produktion leisten kann, zu versorgen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber ich glaube, sehr griffig. Ich glaube, das können viele nachvollziehen. Genau. Und dann, klar kann man das mit in den ROI mit einberechen und sagen, ja, das lohnt sich finanziell, weil dann kann die Produktion mehr leisten, aber dann wird es schon wieder sehr kompliziert. Gerade für KMU, die dann vielleicht keine Controlling-Abteilung haben oder nur einen Controller haben, der aber schon mit dem Jahresabschluss ziemlich ausgelastet ist, wird es dann schwierig, das alles auszuberechnen. Und dann kann man auch sagen, gut, wenn ich mal nur die Anzahl der Transporte angucke, finde ich vielleicht keinen positiven ROI. Aber wenn ich dann sage, hey, wir brauchen aber noch einen Staplerfahrer und wir finden dann keine Möglichkeit, diese Stelle zu besetzen, dann ist der andere Hebel einfach okay, vielleicht können wir die vier Fahrer, die wir haben, effizienter nutzen, wenn wir ein Transportmanagement-System haben. Also das fand ich jetzt einen wichtigen Punkt. Das heißt, es geht einmal darum zu betrachten, wo stehen wir heute, aber halt auch, wie du sagst, diese langfristige Strategie trotzdem im Kopf zu behalten. Also zu überlegen, was habe ich, also was möchte ich vielleicht auch noch verändern? Vielleicht möchte man ja auch noch produktiver werden oder die Firma soll noch wachsen oder wie auch immer. Nicht unbedingt vielleicht an Personal, aber vielleicht an Output, sage ich jetzt mal, je nachdem, was eben geplant ist. Das ist ein wichtiger Punkt, dass man das auf jeden Fall berücksichtigt. Ganz genau. Du hast jetzt schon so ein paar Dinge genannt, sage ich mal so nebenbei, wofür so ein Transportmanagement nachher auch oder welchen Nutzen das Ganze nachher eigentlich bietet. Also wo habe ich nachher auch Einsparungen oder Potenziale, die ich dann quasi mitnehmen kann. Deswegen würde mich jetzt einmal noch mal interessieren, kannst du für uns noch mal so die, ich sage mal, die größten Nutzen von so einem Transportmanagement-System noch mal zusammenfassen können. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com slash Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Den größten Nutzen, wahrscheinlich... Oder mehrere, es dürfen ja mehrere sein. Ich glaube, es zielt alles auf Effizienz ab. Ich kann mit einem Transportmanagement-System meinen innerbetrieblichen Transport effizienter gestalten, wie wenn ich ihn nicht gesteuert ad hoc auf Zuruf oder papierbasiert. Das ist ja noch mal eine Möglichkeit, kein Transportmanagement-System zu haben. Heißt ja nicht unbedingt, dass es ungeplant erfolgt, aber kann ja auch bedeuten, dass ich dastehe und dem Transportaufträge per Papier gebe, zum Beispiel. Und sag, du musst jetzt folgenden Auftrag für die Linie leisten. Und das sind ja mehrere Einzeltransporte, zum Beispiel. Aber mit einem Transportmanagement-System kann man das ganze System effizienter gestalten. Ich kann gucken, dass ich meine Leerfahrten reduziere. Ich kann gucken, dass die Ressourcen besser ausgelastet sind. Ich kann, ja, die komplette Overall Equipment-Efficiency von meinen Staplern, von meinen Geräten erhöhen, wenn ich das Ganze ein bisschen koordiniere. Und das Ganze, wenn ich das noch übersichtlich in der Software habe, dann kann ich das auch so machen, dass auch die Disposition einfacher erfolgt. Da sitzen dann gerade Leute, die sagen, gut, ich muss Produktionslinie A, B und C versorgen. Wer ist denn am längsten? Welchen Auftrag habe ich am ältesten? Fange ich damit an? Und wenn ich dann feststelle, dass ich diesen selben Artikel vielleicht auch für Produktionslinie B auch benötige, dann sehe ich das nicht, weil ich mich als Benutzer auf das konzentriere, was ich greifen kann. Den Zettel, den ich gerade in meiner Hand habe. Genau. Und da den Überblick über die anderen Themen zu haben ist, wenn es zettelbasiert ist oder wenn es irgendwie selbst aus dem ERP-System rauskommt, oder das nicht die richtigen Ansichten bietet, dann ist das kompliziert. Und da bietet einfach zum Transportmanagement die Möglichkeit, das auch für den Benutzer einfacher zu machen, Effizienzgewinne zu finden. Und durch die, ich sag mal, rein theoretisch könnten das ja daher auch, oder sind das nachher wahrscheinlich auch Echtzeitdaten? Das heißt, man weiß nachher auch schneller, wo sind die Waren? Kommt es jetzt bald? Oder ist es geplant? Oder hat es damit erst mal nichts zu tun? Ja, genau. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Das sind Echtzeitdaten. Und vor allen Dingen auch die Rückkommunikation erfolgt dann in Echtzeit. Das heißt, ich mache ein Beispiel wieder. Vorher sagt der Staplerfahrer, bekommt gesagt, hey, kannst du die Palette da an die Produktionslinie bringen? Und ich aus der Arbeitsvorbereitung verlasse mich jetzt drauf, dass er das macht, bekomme dann aber zwei Minuten später einen Anruf, hey, wann kommt die Ware? Und jetzt sage ich, ja, die ist unterwegs. Und dann nagt bei mir im Hinterkopf die Stimme, kommt die auch an? Da hat er mich falsch verstanden. Huch, habe ich ihm überhaupt gesagt, dass es die Produktionsstraße ist? Oder habe ich ihm vielleicht was anderes gesagt? Und ich bekomme keine Rückmeldung darüber. Und irgendwann sehe ich den doch. Und dann frage ich ihn, hey, hast du die Palette da und da hingebracht? Ja, habe ich gemacht. Ah, okay, gut. Und wenn ich das aber auf meinem Monitor sehe und ich weiß, hey, das muss an die Quelle, der Auftrag ist freigegeben, ist aber noch wartend. Und dann springt der auf Inbearbeitung und weiß ich, hey, super, der Staplerfahrer hat den Auftrag gerade angenommen, dann springt der auf erledigt und dann weiß ich auch Bescheid. Wenn ich zwischendrin wieder meinen Anruf bekomme, sage ich, ja, der weiß Bescheid, der Status ist bei mir in Bearbeitung. Im Idealfall weiß der das am anderen Ende auch schon direkt und muss gar nicht erst nachfragen, wann kommt die Ware. Also verkürzt man quasi einfach auch so die internen Prozesszeiten nochmal, sage ich mal. Genau, ja. Man erleichtert auch die Kommunikation und hat eine eindliche Kommunikationsbasis. Auch sowas wie ein Kunde von uns hat vorher dann manuell noch gebucht. Das heißt, der Staplerfahrer hat die Ware von Lager A zu Lager B gebracht, ist dann zurückgekommen und hat gesagt, ich habe die Ware umgelagert, kannst du das im ERP-System buchen? Und dann ist der Mitarbeiter hingegangen, hat das Buchblatt ausgefüllt, hat gesagt, buchen. Hat dann auch gepasst, sage ich mal. Aber dann kommen auch Buchungsfehler, Zeitdifferenz, die Produktion im Lagerort B konnte nicht die Produktion starten, weil das ERP-System dann gesagt hat, huch, wir haben gar keinen Bestand dafür, das liegt an einem anderen Lagerort. Und die mussten dann warten, bis das Buchblatt gebucht wurde. Und auch da bietet dann Transportmanagement dieses Systems Echtzeitdaten. Sobald der den Ziellagerplatz bestätigt, ist die Ware verfügbar, die Produktion kann starten und ich bekomme eine Rückmeldung, dass es erfolgt ist. Das klingt richtig gut. Das ist richtig gut. Das klingt echt cool, ja. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich jetzt, sagen wir mal, wir haben einen Zuschauer oder eine Zuschauerin, die sich, oder Zuhörerinnen, Zuhörer, die sich entschieden haben, dass es irgendwie cool klingt, was du da sagst und sich jetzt darüber Gedanken machen möchten, mal zu schauen, ob das für sie irgendwie was sein könnte. Also so ein Transportmanagement-System, digital basiert und so weiter, über alles, was wir schon gesprochen haben. Welche Fragen stellen die sich jetzt oder welche Fragen sollten die sich stellen? Was müssen sie vorbereiten bei sich selbst? Wie finden sie den richtigen Anbieter? Auf was kann man da achten? Was wären so deine Empfehlungen, Tipps, Gedanken in diese Richtung? Das ist auch eine gute Frage. Hängt jetzt nämlich immer davon ab, was ist meine Ist-Situation? Wo stehe ich gerade? Wo möchte ich hin? Wenn ich jetzt nur ein Transportmanagement-System, also ich möchte meine, der Art, wie ich meine Transporte ausführe, nichts ändern. Ich möchte das einfach nur digitalisieren. Dann ist, glaube ich, eine gute Vorgehensweise, dass man sagt, welche Quellen und Senken habe ich denn? Wie viele Transporte führe ich denn durch? Und da so eine Materialflussanalyse mal zu machen und sich dann Gedanken zu machen, sehen wir da überhaupt Einsparpotenziale durch ein Transportmanagement-System? Haben wir viele Leerfahrten? Können wir die reduzieren? Haben wir viele Transporte, die auf Zuruf passieren? Spricht man da am besten vielleicht auch mal mit den Leuten, die das machen, oder? Oder kann man das von oben her, sag ich mal, bewerten? Nee, klar, ich denke, das macht Sinn, da auch mal die Staplerfahrer mit einzubeziehen oder die Logistiker, die wissen das oft am besten, was die machen. Die wissen es immer am besten, was sie machen, aber die haben dann auch noch eine ganz andere Perspektive auf diese Tatsache. Am Ende muss irgendjemand entscheiden, ob es da einen Nutzen dahinter gibt, bevor man dann auch mal in eine Ausschreibungsphase geht. Das ist aber jetzt nicht unbedingt die beste Vorgehensweise. Ich würde immer empfehlen, dass man in so einer Situation vielleicht auch mal den Status Quo hinterfragt und nicht nur sagt, ich möchte meinen aktuellen Ist-Prozess digital abbilden. Da greift das, wird bestimmt auch schon öfter im Podcast gesagt, shit in, shit out. Wenn ich einen schlechten Ist-Prozess habe, nur weil der jetzt dann auf Zuruf nicht mehr funktioniert, sondern digital gesteuert ist, heißt das nicht, dass ich dadurch dann den Effizienzsprung habe, den ich möchte. Klar, kann man Leerfahrten reduzieren, wenn ich im Taxibetrieb arbeite, was ich eben gesagt habe, ich fahre Station A und dann zurück ins Lager, dann kann ich meine Leerfahrten um bis zu 50 Prozent reduzieren. Das ist schon eine gute Einsparung. Aber man darf sich dann in so einem Zuge vielleicht auch mal überlegen, macht es überhaupt Sinn, das mit Stabmann zu machen? Wäre vielleicht nicht ein fahrloses Transportsystem die beste Lösung? Wenn ich nicht im Taxibetrieb arbeite, macht vielleicht doch Sinn, überzulegen, was ist denn mit traditioneller Fördertechnik? Warum habe ich eigentlich kein Förderband bei mir? Warum habe ich keine Elektro-Hängebahn? Da gibt es verschiedene Optionen. Und ich denke, wenn man sagt, hey, wir wollen den Status Quo für unseren innerbetrieblichen Transport mal komplett in Frage stellen, dann macht es vielleicht Sinn, mal so eine Systemfindungsphase zu gehen. Wie ist meine Logistik aufgestellt? Was für Materialflüsse habe ich? Und wie kann ich die automatisieren, digitalisieren und das mal generell hinterfragen? Ich denke, das ist in so einem Zuge auch eine ganz gute Fragestellung, die man mal angehen kann. Vielleicht haben wir, wir haben schon so ein bisschen über das Thema Investitionen gesprochen und so weiter. Könntest du vielleicht noch mal für uns so ein bisschen zum Abschluss auch einordnen, ich sage mal, wie stehen sich die Investitionskosten nachher zu den langfristigen Einsparungen so gegenüber? Würdest du sagen, das geht sich immer aus oder hat das nachher wahrscheinlich auch wieder viel mit der Planung zu tun und mit dem, wie ich da rangehe an das Thema? Ja, das ganze Thema steht und fällt mit der guten Planung, sage ich mal. Wenn man, oder noch vor der Planung in dieser Systemfindungsphase, so in der Materialfluss, im innerbetrieblichen Transport, wenn man da über Materialflüsse redet, dann gibt es immer so fünf Phasen, sind es glaube ich, die der VDI da empfiehlt. Das ist die Systemfindungsphase, dann kommt die Systemplanungsphase, dann kommt die Betriebsplanung und noch weitere Phasen, die dahinterstehen. Aber wenn man in dieser Systemfindungsphase sich entscheidet, hey, ich möchte den Status Quo hinterfragen, ich ändere was vielleicht daran, dann sind die Investitionen natürlich auch viel höher, aber dadurch, dass ich den Status Quo hinterfrage, vielleicht auch die Einsparungen. Und das dauert dann vielleicht nicht zwei Jahre, sondern vielleicht auch mal fünf oder sechs, bis ich diesen kompletten Invest wieder an Return eingeholt habe, über Einsparungen in meinen Prozesskosten. Vielleicht bin ich dadurch dann aber strategisch viel besser aufgestellt für die Zukunft oder auch gerade, wenn man sich den Fachkräftemangel anschaut, in der Lage zu sagen, hey, mein neues System skaliert viel besser in die Zukunft. Das ist vielleicht auch attraktiver für neue Arbeitnehmer, die vielleicht sagen, hey, die sind innovativ unterwegs. Ja, genau. Auch das ist bestimmt ein Faktor. Ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt ein Staplerfach auf den Markt kommt, dann hat er die Option, eine coole Software-gestützte Lösung zu haben, wo der Chef immer entspannt ist, weil er weiß, die Transporte werden durchgeführt, dann ist das durchaus attraktiver, wie wenn der sagt, nee, hier ist die Ablage, genau, und du holst immer den obersten Zettel raus und bitte mach die Transporte so kurz wie möglich und fahr dann wieder zurück und leg mir den bestätigten Zettel mit Unterschrift, dass du es erledigt hast, wieder zurück in die Ablage, dass ich das ablegen kann. Das ist natürlich auch nicht attraktiv für die Mitarbeiter. Ja. Und aber wenn ich dann mein System gefunden habe und weiß, hey, das ist zwar ein hoher Investor, aber ich habe dann auch gute Einsparungen dabei, dann ist das natürlich eine gute Option, dann auch in die Systemausplanung zu gehen und da ist dann wirklich wichtig, dass man sich die Details gleich anguckt und dann sich Gedanken macht, was für Anforderungen habe ich an meinem System, an Auslastung, wie viele Transporte muss das System in der Lage sein, pro Tag zu machen und dann noch so Entscheidungen zu treffen. Macht das Sinn, das nur mit Staplern zu machen? Dann holen wir vielleicht nicht auch noch ein FTS mit dazu. Das muss man dann in der Systemfindung entscheiden. Genau. Also so eine Mischung aus, wo bin ich gerade und was sollte das System mindestens können, aber auch eben die Frage, wie kann es weitergehen und was brauche ich vielleicht auch in Zukunft? Genau, ja. Ja, das ist durchaus hilfreich, sich da als Unternehmen dann auch so eine Vision hinzustellen und zu sagen, hey, ich möchte bis 2050 folgenden Durchsatz erreichen in meiner Produktion, wie bekomme ich das denn mit meiner Logistik hin? Oder ich habe als Ziel, ja, die Automatisierung voranzutreiben bei mir und muss gar keine Zahlen festlegen in dieser Version, aber wenn man sich das mal so als Zielbild setzt und dann guckt, ist das überhaupt umsetzbar von der Vision her, auf eine Strategie runterbrechen, wie man das erreichen kann in den nächsten 25 Jahren und dann wird irgendwann ein erstes To-Do dabei rauskommen. Genau. Das klingt auf jeden Fall gut. Das heißt, wir haben auf jeden Fall gesprochen heute über die aktuellen Herausforderungen rund um die innerbetrieblichen Transporte, also wo stehen die Unternehmen gerade und dann haben wir auch beleuchtet, was kann da vielleicht ein digitales Transportmanagement-System so beitragen und wie funktioniert sowas überhaupt? Vielen Dank, Christoph, dass du heute da warst. Hat Spaß gemacht. Gerne. Und wenn ihr da draußen jetzt noch Fragen zum Thema Transportmanagement-Systeme habt oder generell zum Thema innerbetriebliche Transporte, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail. Ihr erreicht uns auch über unsere Website, schaut gerne vorbei. Ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben oder eine Bewertung auf den verschiedenen Podcast-Plattformen da. Vielen Dank nochmal an dich, Christoph und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du möchtest L-Mobile gerne live erleben? Dann melde dich unter lmobile.com slash Veranstaltung zu einem unserer zahlreichen Online-Events an. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, dann bleibst du immer auf dem Laufenden rund um Digitalisierung und Industrie 4.0. Bis zum nächsten Mal.